Glauben von A bis Z Biblische Begriffe, einfach erklärt Von R.C. Sproul Das heutige Thema trägt den Titel Die Verherrlichung Ich erinnere mich an einen entscheidenden Augenblick vor einer Basketballmeisterschaft in der Highschool, als ich mich mit meinen Teamkollegen zusammendrängte, um die letzten Instruktionen von unserem Trainer zu erhalten. In dem Versuch, uns zum Sieg anzufeuern, sagte er Jungs, das ist der Augenblick, für den wir alle gearbeitet haben. Nun geht ran und bedeckt euch mit Ruhm. Wir taten's. Wir gewannen die begehrte Meisterschaft und bedeckten uns mit Ruhm. Aber diese Art von Ruhm ist flüchtig. Die Suche danach beginnt von Neuem, mit Beginn jeder neuen Saison oder jedes neuen Wettkampfes. Es gibt einen größeren Ruhm, eine permanente und weitaus zufriedenstellende Herrlichkeit, die jeden Gläubigen am Ende seines geistlichen Lebens erwartet. Das nennt die Bibel Verherrlichung. Verherrlichung ist der Terminus der goldenen Heilskette bei Paulus. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Römer Kapitel 8, die Verse 29 bis 30 Die Lehre von der Verherrlichung bezieht sich auf die Zeit, wenn beim Zweiten Kommen Christi die wahren Gläubigen, sowohl die Lebenden wie auch die Toten, völlige und endgültige Erlösung ihres Leibes erlangen werden und ihren endgültigen Status erreichen. Die Rettung der Erwählten wird vollendet sein. Wie Paulus an die Korinther schrieb, Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 1. Korinther 15, Vers 53 Am Ende wird der Tod, der letzte Feind, vom Sieg verschlungen werden. Der Prozess der Verherrlichung wird sein Ziel erreichen. Die Verherrlichung ist damit die große Hoffnung des Gläubigen für die Zukunft. Gott wird alle Dinge zurechtbringen, und das für alle Ewigkeit. In dieser gefallenen Welt, wo wir von innen und außen Sünde erleben, gibt es Trost in dem Wissen, dass Gott selbst jetzt am Werk ist, seine Heiligen in der Vorbereitung für ihre zukünftige Herrlichkeit zu reinigen. In gewissem Sinne ist der Gläubige bereits jetzt verherrlicht, versiegelt für die Ewigkeit, für immer ein Kind Gottes. Fassen wir nun das Gesagte zusammen. 1. Die Verherrlichung ist der Endpunkt unserer Rettung. 2. Die Verherrlichung wird unsere Heiligung vollenden. 3. Die Verheißung unserer zukünftigen Verherrlichung gibt uns Trost und Inspiration in der Gegenwart. Und nun noch ein paar Bibelstellen zum Nachlesen. Das Johannes-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 13 bis 23. Römer, Kapitel 8, die Verse 29 bis 30. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 54. Und der 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 15, die Love2-Paskitel 3, Vers 18.